Was bisher geschah Was bisher geschah Wie es weiterging Jetzt Alter Ich sehe nichts Junge, Junge, Junge Hä? Geil, ne? Morgen wirst du viel besser gucken können, glaub mir Dann wollen wir mal noch ein bisschen Funken fliegen lassen Zink, zink, Bodenblitz Er haut gleich ab, du Stefan wird nochmal schön Und los Ich lauf weg hier Geil, ey, wie in... Wildschlache ne Fresse, ey Ja, Leute, das ist die Boulevard Tour 2023, ey, geil Hut auf, du Oh, ich sehe bloß rot noch hier, ey Das ist alles so blitzig hier Geile Scheiße, ey Mann, ey, ich sehe bloß noch rot gerade, ey Aber die funken, die funken, die sind geil, ist einmalig, ey Hammer, ne? So, Collar Thunder Die müssen wir schon mal würzen lassen So, Schmackati Schönes Ding Schönes Ding, ey Schönes Ding, ey Denn ja, pass auf, ey Ich hab da mal Schiss vor, ey Na, habt ihr wieder nen Weg hierher gefunden, oder was? Ja, das ist ja wenig, ja, ne? Na, komm, wir waren erst oben, am Kreis Da sind sie auch oben am Kreis, da sind sie auch oben am Kreis, ja Naja, so muss es ja auch sein Es ist schön, wenn ihr drauf seid, ne? Wir wollen ja auch die bösen Geister vertreiben, ne? Ja, das ist ja So Soll ich mal auch eine rauchen? Na, jetzt wird es langsam dunkel, wa? Ja, ja Wollt ihr echt da vorne stehen bleiben? Ne, ich geh weg Ich lauf nach hinten Richard, du musst an der vordersten Front Nicht da, aber wo wirst du den Arsch aufreißt, ey Ich dachte mir den Ding den Arsch aufreißt, ey ... ... Fertig. ja du auch ja ebenfalls zurück noch böse die dinger ja es wird dunkel langsam der wollte eigentlich lang kommen aber aber er ist irgendwo spazieren mit seiner mal dann verloren noch mal zwiebeln das lecker dann singen wir mal hierzu don röschen ist aufgewacht denn der richard hat krach gemacht Wie der Rauch langzieht, ey. Geil, ey. Geil. Hammer. Raulaut, ey. Boah, noch ein Scream, Alter. Junge, Junge. Kalla? Super extra Nona. Hochschild. Boah, noch ein Teenager. Die Hügel, du bist, ne? Jo. Ich bin's nicht. Ihr könntest noch ein Nonaillen. WELCOME. Du bist ein Mensch. Was ist das? Was ist das? Alter Schwede, Dreck abgekommen hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Alter Schwede, ey. Da brennt der Anus durch. Junge, 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 ey. Da das der Schlüpper aushält, du. Ja, da muss ich nochmal ne Zanderkink schmeißen. Die schmeiß ich gleich vorne hin in der Ecke. Guck ich auch, siehst du? Guck, so. Das muss ich sagen, bei den neuen hier Veko-Raketen, die sind ja oben zugewirkt, ne? Die knallen alle hier kurzzeitig, das ist Wahnsinn. Also die steigen nicht hoch, so wirklich. Die ging ja, ne? So, Zanderkinken. Mal gucken, die neue Scharge ist, ey. Geile Scheiße. Holzgabend. Ja, tschö. Ja, vielleicht. Wenn das deine Mutti sieht, das schneide ich nicht raus. Das sag ich dir. Ja, schon cremig, ey. Ja, noch gut Action gemacht, ey. Ne? Ja, das ist premium. So, ich hab hier nochmal noch schön Blitz Donner von ABA. Geile Scheiße. Klein und fein. Kennst du die auch, Stefan? Richard, komm. Zünden wir alle jetzt. Ja. Nigu, Danny? Wollt ihr mithelfen, Mann? ABA-Raketen? Ja. Klein und fein. Vor allem die mit Stroop, die sind geil, ey. Die find ich richtig Hammer. So, alle an. Ich find immer hier geil, wie Richard's Vater hockt und baut. Jetzt, jetzt, jetzt. Hahaha. Hahaha. Haha. Hahaha. Hahaha. die sind ja schon zwei jahre alt dh verscheißen 40 euro fahrzeug einmal aus der tasche gefallen irgendjemand hat das eingesteckt dann oder hast du vielleicht irgendwo eingeparkt die becher sind gut die zwiebeln auch schön ne ja der richt mich hier auf dieser scheiß zweig hier du jedes mal bleibst du hier hängt da dran geil dat war ne bolette du ja leute so langsam geht es zu ende ja aber es geht noch weiter in den arm hinein filet ja ja auf jeden leute hast du auf jeden fall einen daumen hoch da was für ein ding nochmal nochmal ne granate ja das ist nochmal der kröne abschluss ja leute weiter geht es bis später in der night edition filet das lief schon ja dann legen wir die wieder rein so jetzt mal von tor silvertail to titanium salut ne das ist irgendwie aus dem hinterwald hier sonst so ein ding das sind die schlimmsten eigentlich immer das ist irgendwie aus dem hinterwald hier sonst so ein ding das ist irgendwie aus dem das ist irgendwie aus dem das ist irgendwie aus dem der kleine aber fein richtig geil so dann machen wir es nochmal als krönenden abschluss nochmal ne salut batterie action hier ich hab noch vier stück drinne ne 3 dumm bumm was das mit der ding mit der äh die hatte ich die hatte ich schon gemacht vorhin ach so von der hätte wohl scheit sagen müssen wir hätten auch noch zwei ne dann hau doch hau doch mit an ja ja alle so flashbang dumm bumm und dumm bumm 15 sekunden so hol mal deine rapidponder raus salut action salut action das leuchtet denn da vom licht hinten was so machen? aber was ist wenn die hier kippen? ja dann müssen wir laufen dann müssen wir laufen dann müssen wir laufen ok ja ok ich meine auch ein bisschen weit auseinander machen ja ne mach deine am ende warte mal warte mal ja lieber was hier vorne hin genau weil dann kippst du nach hinten weißt das ist auch geil ein papprohr vorlegen ja hier sind auch noch kleine warte mal hier dennny obwohl deine hier hüpft nicht dennny wo ist denn hier da ja hast du noch eine und noch eine nico hier auch noch hier eine habe ich noch salut action so passt auf rapi zander dumbo dumbo 15 sekunden nico flashbang rapi zander so kriegst du beide an nico ja klar ok feuer frei mach noch die warte das das die die das irgendeine batterie muss wieder aus der reihe tanzen hat aber zum krönenden abschluss hier voller boller wang tour viele leute und zum nächsten mal war das kräftig ich habe schon eine wurst drin ist da alles wiedergefunden da ich doch 40 jahre an das war noch mal eben schön action oder was die suchen noch mal ein elch ach die ich habe noch so viele f3 will er alter nico dann kommt mal hier schmeißen action machen hier los action machen hier bulldog ich weiß an die boxe ja So hattet ihr, so hattet ihr etwas Licht. Könnt ihr auch schmeißen, schmeißt die Dinger. Nur immer ran hier. Blitzkartuschen. Was haben wir noch drinne? Hier. Hier. Alles weg damit. Geil, geil. Ich habe nur eine Uzi hier. Hier habe ich noch Logis, die sind auch gut. Was ist das denn? Na, harte. Harte? Ja, was ist das hier noch, der Kett? Warum sind die hier in so einer Packung? Ja, weil die auch so BKS besonders sind. Wie sieht die auch raus, Maki, soll ich die machen? Ja, macht doch. Hallo. 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 Ich habe schon ordentlich was verpasst. Ich will ja das nicht weit schmeißen. So, geht mal weg jetzt von meinem Frame hier. Ich muss schmeißen. Was ist das? Ich habe was abgekriegt gerade. Ich auch. Schöne Zündel-Ecks schon mal. Im krörenden Abschluss. Heißt, nicht soll der Schluss sein. Aber was soll's. Des. Doch, shake. So. Oh, gut. Wo ist das? Oh. That sidit. B甚麼 gymnastics. Oh, gut. BAM! 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 Oh der! Hast Du die Zünder gerade? Ich wollte es sagen. Da steht ein Bild, da steht ein Bild. Und der andere? Warte. Hat er einen Vorbrenner? Nein. Scheiße, das ist aus, Danny. Nur nicht hingehen da, ey. Ja, passiert, ne? Danny, Danny, pass auf da! Da kann ich denn meine Zinkraketen noch im Tal machen, weißt du? Sicher? Ja, den Profis sind das jetzt annehmen. Hau los ab, dann. Oh, oh. Ja, logisch. Das war's jetzt aber, à la Filet. Kann man mich sehen? Nein. Ist schon lange dunkel. Filet. Mach mal noch mal ein Lichtlein. Jetzt, ne? So. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hau, rülf. Filet. Dort. Ja! Ja, ja. Früher. Hier. Untertitelung des ZDF, 2020